Da sind so drei Piranha-Pflanzen, die einen nicht durchlassen. Wie soll man das denn überleben, hä? Ja, du musst da durchhüpfen. Oh, ich weiß, womit man das machen soll. Ja, mit... Na, Feuerblume. Wo hast du ne Feuerblume her? Das ist ne Fragezeichen-Block. Oh! Ah, hier. Danke. Ja, mach mal Weg frei. Ja, geh weg! Okay, traf mich dahin. Sonst machst du dir den Weg nie frei. Ja, gut, dass wir den Weg frei machen. Du wirst dich nicht damage boosten. Bitte stirb. Ich mach das jetzt. Oh! Was? Oh mein Gott. Ich hatte den Run. Oh Mann. Ich werde gewinnen. Ich werde siegen. Warte bitte kurz. Sure. Ich werde... Nein! Was mach ich eigentlich? Du wirst... Nein! Ich werde doch. Nein! Doch. Oh mein Gott. So close. Warum bin ich eigentlich so... Nein! Ich bin wieder am gleichen Hammer gestorben. Ich hoffe, die Piranha-Pflanzen spawnen wieder. Das war schon wild, das Level. Ja, intense. Professor Unterstrich. Which enemies? Not on the picture? Oder irgendwie sowas. Okay. So hoch. Ich sehe hier gar keinen... Das ist ein Rätsel-Level. Wir müssen jetzt schlau sein. Sollen wir zusammenarbeiten? Ja. Äh. Was? Hä? Welche ist nicht da? Hä? 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 Ähm... Ich glaube, das Level geht... Multiplayer nicht. Welcher war jetzt nicht da? Okay. Ich hab mich für dich geopfert, okay? Muss man da reinschauen? Aha, aha. Mhm. Ich bin mir jetzt ganz sicher, es ist... Äh... Der hier, sagst du? Nee, war falsch. Welcher war richtig? Keine Ahnung. Triss man doch. Ich verreck hier einfach. Keine Ahnung, Alter. Der hier... Du dumme Bitch. Das gibt's... Man stirbt für die ganze Zeit. Ich glaube... Ich glaube mal... Ich... 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 Ja, danke, dass du es mir gezeigt hast. Och, Mann. Jetzt siehst du das nächste... Och, da bin ich auch immer verreckt. Nein. Bitte ziel, bitte ziel. Aha, aha. Ja, du musst auch noch durchgehen. Jetzt ist das Level nicht. Ja, du musst auch durchgehen. Nö? Du musst auch? Ich bin gerade durchgegangen. Komm, wir gehen gleichzeitig rein, ja? Ja, wir müssen das beide gleichzeitig springen. Ja, okay. Warum sterb ich da denn? Bin ich auch schon. Aber ich habe keine Ahnung, was richtig ist. Aber das Level ist cool. Ach, scheiße. Nein! Das ist gar nicht. Oh, ist dies etwa das Ziel? Dumme Bitch. A lovely day, a scary night. Ui. Aber wir sollten Ballett tanzen gehen. Ja, definitiv. Ah, ich lebe. Die Nacht wird aber scary. Pass auf. Ja, danke für die Münze. Bitte. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du da jetzt stirbst. Das ist echt scary hier. Bist du schon in der Nacht? Ich bin schon weiter. Ich bin wieder beim Tag. I see. Thanks for playing. Ich will noch die Nacht sehen. No. Wow. Ich bin Luigi? Ja. Cool. Du machst das schon. Krasser Bossroom. Oh mein Gott. Kann der jetzt mal aufhören? Nein! Ja, nein. Was? Oha. Ich dachte, ich hätte den Schlüssel bekommen. Jesus. Ja. Der macht seine eigene Raupe kaputt. Bitte verlieren. Bitte verlieren. Bitte verlieren. Bitte verlieren. Nee, nee. Doch, doch. Ich fliege davon. Ah, shit. Zerschnitte. Shit. Zerschnitte. Tschüss. Komm, Ziel. Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin da ein Ziel. Oh. Wir müssen ja alle bis... Oh mein Gott. Was ist das? Wir sind direkt da reingeflogen, ne? Oh scheiße. Nein. Springen. Und diese epische Musik dazu. Du scheiße. Wie soll man das denn überleben? Als ob du direkt den Schlüssel hast. Aber wir müssen alle besiegen, nur dass du es warst. Ich weiß. Scheiße. Ich werde verrecken. Es ist mein Ende. Die letzte dumme Kackspasten... Wesens... Scheiße, was auch immer. Kann der bitte sterben? Nein, 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 nein. Nein, nein. Stopp. 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 Nein, nein, nein. Nein, nein. Frühlingsgarten. Ah. Ein Österreicher. Wie hieß das Level? Tschüss. Frühlingsgarten. Weil diese Mini-Lags, die da teilweise sind. Ah, das hat wehgetan. Warum ist da ein Knochen trocken, der mit seinen Bestandteilen herumschmeißt? Oh man. Ehrenlos. Oh mein Gott. Bitte stirb. Ich hasse dich. Aber das ist scheiße. Ja. Ah. Ich seh das Ziel, aber ich hab echt Angst, dass mir noch was passiert. Ho! Du smasht irgendwas. Eine Switch ist umgefallen. Ich steh grad Tabletop. Goomba Gardens. Oh nein. Deine Schwachstelle. Ja, die Goombas, ne? Ja, seit Part 1 mit dir. Also Part 4. Nein, warum war da eine Piranha-Pflanze? Weil das die Goomba Gardens sind. Ist doch logisch. Das ist aber kein Goomba. Ich bin direkt vor der Röhre gestorben. Warum ist da eine Röhre in einem Garten? Erklär mir das mal. Es sind die Goomba Gardens. Ist doch logisch. Aber warum ist da eine Röhre in einem Garten? Hä, wo ist diese scheiß Röhre? Aha. Nein, die Piranha-Pflanze. Ja, bist du daran auch gestorben? Nein, ich war noch groß. Und da war gleich ein Checkpoint danach. Oh, jetzt muss man da schon wieder nach oben. Bitte keine Piranha-Pflanze. Danke. Oh mein Gott, du bist einfach schon da. Ich bin nicht damit, was das Ziel ist. Das ist mein Ende. Jetzt ist alles vorbei. Tja. Komm, schaffe ich das noch? Oh Mann. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe keinen Bock, wenn ich das jetzt schon sehe. Wow, I'm flying so high. Ich hasse dich. Bitte. Scheiße. Scheiße auf mein Cape. Same. Ich habe Zeit, es dir zu klauen. Nein. Los geht's doch nicht. Doch. Wie er die ganze Zeit ho 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 sagt. Nein. Oh mein Gott. Und ich dachte, ich wäre Mario. Diese Bomben da unten bringen uns voll. Und ich habe den Schlüssel. Nein. Nein, wenn da das Ziel ist. Ja. Ach Mann. Das hört sich scheiße an. Ja. Oh mein Gott. Ich will das. Ich will das auch nicht. Oh nein. Ja, genau deswegen bin ich das nicht. Ja, okay. Uh, Multiplayer. Okay. Was ist das für ein Mechanismus? Da starten wir doch nicht gleichzeitig. Oh. Ich habe Angst. Oh Gott. Wer bin ich überhaupt? Rot. Gelb. Okay. Zack. Mann, vielleicht sehen wir uns jetzt nicht. Hä? Was war das mit, wir sehen uns vielleicht nicht? Hi, ist aber voll cool. Hä, was ist das denn jetzt? Oh shit. Oh shit. Es geht hier um Leben und Tod. Und er hießt sich fast runter. Ja. Ja gut. Noch ist die Plattform breit. Ich vergesse die ganze Zeit, wer ich bin. Das ist voll schlimm. Oh Gott. Nein. Jetzt ist es lang so kritisch. Nein. Oh. Okay. Nein. Ja. Nein. Ja, komm schon. Wieso gehen die Plattformen nicht weg? Doch. Oh Gott. Nein. Ja. Ja. Ja, lol. Party. Hi. Nein, soll ich dir helfen? Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Bitte geh weg. Och nö. Mami, schütz nicht. Ich weiß nicht, deine Mutter. Das ist echt ein kritischer Raum für so einen Fight. Ja. Nein. Hi, ich bin doch zehnmal auf dich draufgespr... Ah, nein, ich hab's nicht. Ja, was ist jetzt? Hol dir doch die Feuerblume. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es hat nichts gebracht. Mann. Ja, du bist einfach weg, aber du warst hinter mir. Tschüss. Ja, einfach weg. Angst. Was ist einfach weg? Absinthe困uf. Oh Gott. Oh Gott. Hasgut.